Musik Hallihallo und herzlich willkommen YouTube Ich bin der MKing und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video Ja, und heute für euch ein Giveaway, ja, eine Verlosung Ähm, ja, wie auch immer man es nennen kann Und zwar verlose ich euch heute ein Modern Warfare 3 Key Für alle, die nicht im Besitz eines Keys sind, sehr interessant Beziehungsweise solltet ihr noch, äh, ja, Freunde haben, die die Keys brauchen Könnt ihr auch für diese daran teilnehmen Ähm, ja, vorab, falls ihr nicht gewinnen solltet Ähm, könnt ihr gerne bei meinem Sponsor vorbeischauen Der Link steht unten in der Beschreibung Dort gibt es recht günstige, man sieht es hier, 36,90 Euro und in Steam, ähm, 30 Euro mehr Recht günstige Steam Keys, da kann man, ähm, alle Arten von Spiels auch Battlefield, alles kann man sich da kaufen Ähm, falls ihr irgendwelche neuen Steam-Spiele braucht oder irgendwelche neuen Spiele seid ihr da an der richtigen Adresse Ja, und zwar das Giveaway Ähm, ich hab mir gedacht, ich mach's knapp einen Monat Das heißt, ähm, die Auflösung wird es dann am 1., ähm, am 1. April geben Ähm, bis zum 31. Ähm, ja, werdet ihr daran teilnehmen können Aber was müsst ihr machen? Ganz einfach, ihr müsst einfach erstens Abonnent sein Denn dieses Video ist für meine Abonnenten gedacht Ähm, ja, ihr wisst es, ich werde jetzt gespondert und ich möchte euch einfach mal was zurückgeben Ja, deswegen diesen MV3 Key hier Und, ähm, natürlich solltet ihr auch einen Videokommentar schreiben Damit ich weiß, dass ihr auch daran teilgenommen habt Denn sonst wäre das ziemlich problematisch, ja Und ich hab einen kleinen Text, den werdet ihr auch unten in der Beschreibung finden Für euch schon mal vorgeschrieben Und zwar, ähm, müsst ihr einfach nur schreiben Dass ihr am Giveaway gerne teilnehmen würdet Und, ähm, eine kleine Begründung dazu Hätte ich ganz gerne von euch gehört Ähm, ja, falls ihr das Spiel schon habt Könnt ihr natürlich auch gerne daran teilnehmen Ähm, ja Dann bitte einen Daumen hoch geben Das ist, ähm, mir persönlich ein bisschen wichtig Dass das Video auch publik wird Dass es auch mal andere sehen Und da ihr ja sowieso eigentlich meine Abonnenten sehen in meinen Videos Und da ihr sowieso mich abonniert habt Gehe ich davon aus, dass ihr immer einen Daumen hoch gebt Und, ähm, daran kann ich einfach sehen Ähm, dass ihr nochmal daran teilnehmen wollt Gegebenenfalls könnt ihr es auch favorisieren Falls ihr es nicht mehr wiederfindet Ähm, aber die Auflösung solltet ihr am 1. April auf meinem Kanal auf jeden Fall wiederfinden Das heißt, ähm, am 1. April, das ist ein Sonntag Könnt ihr abends gerne vorbeischauen Und, ähm, 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 ja Dann werdet ihr den Gewinner finden Beziehungsweise ich werde euch auch anschreiben Ja, den Key habe ich als Screenshot, ähm, der Rückseite der, ja, der Verpackung Äh, auf meinem Rechner Und werde ich euch dann zusenden Und das Bild, beziehungsweise über YouTube eine Nachricht schicken Ja, was ist denn noch wichtig? Man sollte es auf eurem Kanal sehen Das heißt, wenn ich auf euren Kanal gehe, schaue ich, ob es auch ersichtlich ist Dass ihr mein Video auch bewertet habt Ähm, das heißt hier Zum Beispiel der King mit dem Ding X3 mag ein Video, ja Vom lieben guten Malz hier Das sollte ersichtlich sein Und dann hier unten noch Dass ihr mich abonniert habt Unter Abos Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das einstellt Dann müsst ihr hier, glaube ich, auf Module klicken Und dann könnt ihr das einstellen Letzte Aktivität und Abos Ähm, ja, und das war's schon Ähm, dann kriegt ihr einen ME3-Key Und wie gesagt, wenn ihr einmal jetzt nicht diesen Glück habt Und gewinnt Ähm, könnt ihr hier, ähm, natürlich auch bei meinem Sponsor vorbeischauen Und, äh, euch da den Key kaufen Beziehungsweise auch für andere Games Ähm, dann seid ihr da an der richtigen Adresse Ähm, ja, jetzt kommt bestimmt die Frage Wie oft ihr einen Kommentar schreiben könnt Ähm, das ist ganz einfach Ich darf euch nicht dazu anhalten, das zuzuspammen Aber ich zähle natürlich jeden Kommentar, der kommt Schreibt ihr zweimal einen Kommentar Habt ihr Glück gehabt, wenn ich's nicht sehe Ähm, ja, also Ihr könnt eigentlich so oft einen Kommentar schreiben, wie ihr wollt Und, ähm, ja, in diesem Sinne Wünsche ich euch viel Glück bei dem Giveaway Und bei der Verlosung Und hoffe, dass ihr gewinnt Es kann ja leider nur einer gewinnen Und, äh, ja Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat Und man sieht sich dann beim nächsten Mal Euer M-King BING Vielen Dank.